Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen einen irischen Dichter der Moderne vorstellen. Matthew Sweeney. Geboren wurde er im Oktober 1952 in Donegal und gestorben ist er im August 2018, also vor zwei Jahren. Sweeney hat studiert in Dublin, London, ist dann nach Deutschland gekommen, hat in Freiburg studiert für einen Schriftsteller, sonderbare Studiengänge, unter anderem Chemie und Ingenieurwesen, hat seine Studien nicht abgeschlossen, ist für ein paar Jahre nach Berlin gegangen und hat 1981 seinen ersten Gedichtband veröffentlicht. A Dream of Maps, ein Traum von Landkarten. Viele Gedichtbände sind gefolgt. Er hat dann auch Gedichte für Kinder geschrieben und Erzählungen. Alles das kann man auch als Erwachsener sehr gerne lesen. Er war Co-Herausgeber für verschiedene Lyrik-Antologien und wurde ins Deutsche übersetzt von einem Dichterkollegen und Freund, Jan Wagner. Das Gedicht, das ich Ihnen gleich zitieren will, ist übersetzt worden ins Deutsche von Joachim Sartorius. Sweeney ist an einer schrecklichen Krankheit gestorben, die das zentrale Nervensystem angreift. Und er wusste um seine tödliche Krankheit und hat sie mit sehr viel irischem Humor erlebt. Sweeney, so heißt eine irische Sagenfigur, einen König, der verrückt wird und als Vogel im Wald herumirrt. Und so ein irrwitziger Humor, das ist es, was Sweeney kennzeichnet. Sehr oft auch ein schwarzer irischer Humor. Man hat bei seinen Gedichten von einem alternativen Realismus gesprochen. Ein Realismus, der einen in alternative andere Welten entführt, die aber vollkommen plausibel und natürlich erscheinen. Welten, die er auch erfunden hat durch seine Lieblingsmusik und Lieblingsautoren. Da waren Franz Kafka dabei, da war Jazz dabei, Samuel Beckett, osteuropäische Lyrik und irische Lyrik. Ein Garnspinner, ein Geschichtenerzähler, dem man gern im Pub begegnet und zuhört und der so erstaunliche Geschichten zu erzählen weiß, die einen in Welten entführen, die man nicht kennt, die einem aber seltsam vertraut vorkommen. Das Unwahrscheinliche wird wahrscheinlich. Es sind oft auch bedrohliche Welten, aber sie reizen zum Lachen. Dann kommen zum Beispiel solche Sätze zustande, denen man dann einfach doch hinterherdenken kann. Als ich die Strickleiter hinaufstieg im Dunkeln, wusste ich nicht, wohin die Reise ging, nur eben dies, hinauf. Sweeney hat von singenden Pferden geschrieben, von Nixen, von Geistern, von sprechenden Tieren. Skurril, melancholisch. Gedichte ohne Reim, nie abstrakt, sehr, sehr bildreich. Und so ist eben auch das folgende Gedicht, was ich Ihnen gleich vorlesen will. Es handelt von den letzten Minuten eines ertrinkenden Fischers vor der Küste Donegal's. Es ist veröffentlicht worden in einem Gedichtband, übersetzt von Joachim Sartorius, diese Gedichte, 2008 erschienen. Der Gedichtband heißt Für die mit der Sehnsucht nach dem Meer. Matthew Sweeney, Tanz der See. Die See ist wild heute Nacht und die Dunkelheit, die runterkommt, kann sie nicht beruhigen. Die Schiffe verdrücken sich in die Häfen. Nur die verkrusteten Knochen der Ertrunkenen rasseln durch die Wellen, führen diesen Tanz auf, den keiner sieht. Die Swinden und Schlängeln unter Wasser und der Platz des Gastes heute Nacht geht an den, der als letzter ertrank. Er ist von Danitschfelsen gesprungen, in einer Nacht milder als diese. Seine Fackel ließ er dort oben brennen zurück. Der Hund heulte. Und Aale kriegten seine Augen und labten sich daran. Dorsche benagten sein steifes Fleisch, Barsche legten seine Fußknochen bloß. Aber all das ist gut für ihn. Nie hat er sich so frei bewegt oder solch wilde Musik gehört oder so viele Meilen in so wenigen Stunden zurückgelegt. Und wer weiß, wohin die See ihn bringt, an welche Küste sie ihn spült. Vielleicht auch fängt ihn ein Netz. Doch zuerst muss die See ihren Krieg beenden, muss die aufgehende Sonne strahlen von ihrer gläsernen Oberfläche springen, die Knochen sich sammeln lassen, am Grund, bis zum nächsten Sturm, wenn der Tanz beginnt. Sweeney hat sehr viele eindrückliche Gedichte geschrieben, die einen schmunzeln lassen. Gedichte zum Beispiel von Glasbläsern, die eine so große Kunstfertigkeit haben, dass ihre Kunstwerke zum Leben erwachen. Zum Beispiel von einem in Shanghai 1364, der eine Meerjungfrau fabriziert hat aus Glas, die davongeschwommen ist. Oder eine Frau 1965 zu Letterkenny, die eine Herde gläserner Schafe fabriziert, komplett mit Wolle und Klingelblöken. In Letterkenny in 1965 a woman blew a flock of glass sheep, Wool and all, each of them with a tinkly bar. Er hat von den Zwergen des Kaisers geschrieben, die sich besaufen. Und dass dieses Besäufnis eine Schmach ist für jeden, der ernsthaft das Ostern, Heilige Ostern feiern will. Someone should take the schnapps of them, open the window, fling it down Schlossberg, to smash against a yellow flowering tree. There's no way to celebrate Holy Easter. The painted eggs are flying through the air. Er hat von jemandem geschrieben, der einen Schlüssel im Garten vergräbt und in eine blaue Hängematte steigt und dann so ganz friedlich von einer Seite zur anderen schaukelt und dabei ein Lied singt, was aus einem Italo-Western stammt, in dem Clint Eastward vorkommt. Swaying from side to side, I began to hum the tune from the first Spaghetti Western, where Clint raises his poncho and shoots, then lights up another cigarillo. Er hat Gedichte geschrieben über Fisch und Chips, über ihre sprechende Pferde, die rothaarige Frauen besingen. Und dann eben dieses Gedicht Tanz der See, in dem er auf den Danitzschfelsen zu sprechen kommt, im County Suffolk, im Südwesten Englands. Ein Naturhafen, einst die größte Hafenstadt in Ostengland, bekannt durch seine schweren Stürme, die an der Küste genagt haben. Heute sind fast alle Gebäude der Ortschaft im Meer versunken, einschließlich der acht Kirchen, die es dort gegeben hat. Und man erzählt sich, dass bei schweren Stürmen die Kirchenglocken unten auf dem Boden der See anfangen zu läuten und man dieses Geklingel der Kirchenglocken im Getöse der Wellen hören könne. Sweeney hat das alles beschrieben in einer leicht verständlichen Sprache. In einer Sprache, die einen fortreißt, in der man Bilder sieht und dadurch in fremde Gegenden kommt, die ihre eigenen, geheimnisvollen und gespensterhaften, Gesetze kennen. Alles kommt sehr realistisch daher, nie künstlich und irgendwie in seiner ganzen Absurdität sehr vertraut. Ein Totentanz ohne Unterwasser. Skelette, die sich herabgesungen sind und dann durch den Sturm in den Wellen wieder anfangen zu tanzen. Selbstmörder, die sich ihnen zugesellen und die Fische, die sich von diesem Fest ernähren und die große Freiheit, die dieses, diese Ertrunkene erlebt, wenn er sich in den wilden Wellen frei bewegt. Wunderbar auch der Schluss des Gedichts, in dem sich die Wellen wieder beruhigen und der Sturm beruhigt, die Wellen beruhigen und die Sonne auf eine glatte Oberfläche scheint, gläsern wie ein Spiegel und man auf den nächsten Sturm warten muss, bis die Knochen zu einem neuen Tanz sich zusammenfinden werden. Doch zuerst muss die See ihren Krieg beenden, muss die aufgehende Sonne strahlen von ihrer gläsernen Oberfläche springen, die Knochen sich sammeln lassen, am Grund bis zum nächsten Sturm, wenn der Tanz beginnt.